Herzlich Willkommen zurück bei Pixel Wizard. Starten wir in das Spiel. Gehen wir rein in Schloss. In die... Ups, das war das falsch. Ja, in die 4 müssen wir. Bum 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 bum. Ich hatte Fledermäuse. Ups. Gut, dann muss ich nicht laufen. Warte, hopp. Mit einem Schuss? Hier, mit einem Schuss. Langsam mache ich hier richtig die Kohle. Und ein Speicherpunkt. Ich hoffe, ich kann ein paar von euch für das Spiel begeistern, weil ich finde es echt toll. Nein! Ich bin dieses Lachen scheiße. Ich bin schon 60 mal gestorben in diesem Spiel. Was für ein Dreckszahl. Lass mich in Ruhe. Gott, da ist ein Heimergang. Gold. Können wir uns eigentlich schon einen neuen Zauber kaufen? Shop. Da haben wir einen. Jupp. Hier können wir Mad Harry. Dann aktivieren wir den auch gleich. Ach, da müssen wir ja wieder von vorne anfangen. Mit einem neuen Zauberer. So war es ja irgendwie. Der viel mehr Power hat der jetzt nicht, aber der hat drei Herzen mehr. Das bringt uns ja schon weiter. Ups. Shit. Was für ein Dreck. Ja. So. Geht hier auch. Nein. Mein Gott, was bin ich für ein Lappen, ey. Ich glaube, meine Familie kommt gleich nach Hause. Ich höre, das stimmt. Die mir vertraut vorkommen und ich bin so ein scheiß Lappen. Ich würde sagen, mal kurz das Video hier, wenn die gleich kommen muss, ist sie begrüßen. Muss ich nett sein. Ich sollte Familie. Er geht doch. Jetzt bitte. Mich schon wieder verkacken, fülle. Boom. Privatsphäre ist möglich, also sagt nicht weiter, dass ich mich selbst Phil nenne. Sonst könnte man drauf kommen, wie ich in Wirklichkeit heiße. Okay, ein paar meiner Abonnenten wissen das auch. Aber muss ja nicht jeder wissen, dass ich einen bescheuerten Namen habe. So. Ich würde sagen, dass wir mich voll freuen würden. Ich habe es auch schon mehrmals gesagt. Wenn mich meine Freunde Phil nennen würden, aber macht keiner von denen. Das ist ein scheiß Läger, was ich gern hätte. Und Level 5. Oh, die Blöcke sind schlimm. Die werden unsichtbar. Hier ist es nicht so schlimm, aber ich kann das echt nervig sein. Och. Ich bin ernsthaft jetzt. Kann ich auch sehen nicht, wo man vorschießen kann und wo nicht. So. Mal sehen wir das Gold. Oder das Lava. Shit. So. Und ein Stückchen nach da und dann ein Stückchen nach da und dann ein Stückchen nach da. Shit. Okay. Gehen wir in ein anderes Level. Äh. Town. Gibt ja noch so andere Sachen. Hier ist ein Wald zum Beispiel, wo man hin kann. Der aber noch gesperrt ist. Ach ja, stimmt ja. Du musst erst das eine durchspielen. Hier wo ist denn der Zirkus? Zu dem können wir ja wenigstens gehen. Da ist der Zirkus. Gehen wir da hin. Wie viel möchten wir setzen? Wieso ist das so hoch? Groß hier. Was war das? Bei den Einstellungen ein Fehler? War das ein Einstellungsfehler oder was? Hier gibt es nicht nur Gold. So einfach nur üben. Gehen wir auf Pause. Ah, stimmt. Kann ich hier gar nicht verändern. Was ist das für ein Scheißfehler, ey? Was stimmt denn nicht? Hier geht's zur Hölle. Der war, glaub ich, auch noch nicht reinkunden. Ne. Das müssen wir mit dem Schloss weitermachen, worauf ich jetzt überhaupt keine Lust hab. Obwohl das Video ist fast 5 Minuten und war das ein Mini-Video. Kann ich auch sagen, Tschüss. Ups, hier ist es. Tschüss Leute.